Ein Scheißkind Fuck, die ist gleich tot Was ist jetzt? Ja, die ist tot Ist klar Ich werde einen Weg für dich finden Nicole ist tot Ja, was für eine geile Nachricht Ja, mach hin dir jetzt Ich frage mich gerade, ob die da auch explodieren können Ich glaube nicht Jetzt mache ich das nur mit denen hier Jetzt mache ich das mit einem Plasma-Cutter Der ist sicherer irgendwie Mit denen kann man besser zielen hier Legendär, sag ich nur Legendär Und der kommt auch schon der nächste von hier vorne Nee, doch nicht Noch nicht Er ist der nächste Drei Mensch, ihr seid doch schlecht Nein Es ist nicht dein Ernst Nicht dein Ernst 50 Schuss Ach, ich hab die angeschossen Mist Ähm, zwei Eigentlich muss der Baby zuerst sterben Jetzt kann die Schlampe sterben Äh Hier so ein Vieh Ach, die hat noch genug Leben Sag halt nicht, du bist tot Ich kann nicht zu dir kommen Aber ich werde einen Weg finden Gut Ich liebe dich Auch noch Das Spiel wird bald vorbei sein Wer bist denn du? Ja, einfach mal durch da Ey, da liegst du rein Noch irgendwas? Nee Ich liebe dich Ja, in der lag ein Schema Anzug Level 4 Boah Das macht mich wurschig Ich liebe dich Komm zurück Komm, ich matsch mal auf dich auf Was sag ich ihr? Der war ja auch nie mehr da Mann Nachladen Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar Kinder Nein, ich hab einen Dreier bekommen Komm, ich bin ja hier Der zieht ja auch nicht mehr Ach, die auch noch Ach, das sind die Höherentwickelten Oder was? Schiss, Babys Das sind hier die richtig Babys-Dinge Und heute habe ich ja keine Muni mehr, Mensch Fuck you Mal ehren Geh auf! Oh, da war noch eine Hier Na, geh auf Na Gott sei Dank Eigentlich will ich erstmal hiervon ein bisschen wegkriegen Ja, schleich mal noch Ich greif dich an und dann schleif mal noch erstmal noch ein bisschen Merke ich ja nicht Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirfs unterwegs Es war eine Sicherheitsabschattung Obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat Weil du jetzt den Wender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst Ach, da lag noch was mit Fuck you Na gut Da Was ist das für Rauch? Was ist denn da? Was ist das da? Hitze? Ah nee, ist die Tür Was ist denn das? Das finde ich überhaupt nicht geil Nach rechts Ich höre was Ah Oh, ein Bibi Hinter mir war auch noch was Noch einer Ihr seid nicht lustig Bam Noch einer irgendwo Oh man, ich kenne eine Biene mehr Du auf eh mal Der ist schon neumodisch Der kann sich Beine leisten Noch was Nee Oh, Ripper Kling Oh Cool, hat er Kina Mein Gott Großer Raum auch noch Das Speicherfunktion Ich finde es auch ein bisschen ätzend, dass es eigentlich so viele Speicherstationen hier gibt Gibt es dafür einen Grund? Nee, der ist tot Hallo? Ah, Kinder Nein, das sind keine Doch, das sind die Kinder Von dem Der Bibis macht Das muss ich rausziehen denn? Was ist das? Nein, ich will kein Fahrstuhl fahren Hier muss ich nicht langen, nee Nee Aber ich muss das noch rausziehen Boah Ne Werkbank Upgrade hier Upgrade Mein Gott Ah, das ist ein Shop Oh, mein Anzug glaube ich 3 4 Okay, Strahlen habe ich Plasma Ich mach glaube ich jetzt Kapazität und Schaden, weil ich jetzt über Plasma Ähm Wie nennt man es? Schaden Ihr macht das Äh, ihr macht hab schon Dann mache ich hier Alter Schwede Ein Jahr hin Und zu diesem Alter Schwede Ein Jahr hin Oh, ich hab' ich ein 14 Schuss Mit 13, 18 20 Schuss kann ich mal höchstens haben Das ist ja mal geil Und dann schauen noch ein bisschen Und dann wird das ja schon Ich hab' ich strahlen kann, nur ne 15 Ja, eigentlich schon, wenn ich ein bisschen Schaden von der Plasma noch hochmache Das ist eigentlich genau das gleiche wie Das ist doch aber ein Shop Waaah Nein, doch nicht zugreifen Drück doch mal Escape Wie gewohnt Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, ey Die Sau Hä? Neun Schuss? Achso, ich kann ja Hab ja erweitert Das ist ja ne Sau Ich glaub, da musste ich auch nicht groß machen Das gibt doch ja keinen Sinn Jetzt kann ich damit nie mehr fahren Naja, ich lass es erstmal draußen Nein, ich will jetzt hochfahren Tschut, tschut Tschut, tschut Na rein da Och nö Ey, jetzt verarsch mich nicht Komm, ich wollte da Komm Ey, sag halt nicht Du passt da nicht mehr rein Komm schon Ich will Fahrstuhl fahren Wir wissen, was da oben war Du bist doch kacke Ey, sag mal Ohne Witz Richtig kacke Aber da war ein Shop Ah, Midi Ach, ein Logbuch Das hier wird mein letzter Eintrag sein Ach ne, ich muss ja warten Ich habe gesehen, was sie mit Mit den Leichen machen Was aus ihnen wird Hm Ja, Monster Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe Kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infizit bin Bitte sagen Sie Dawn Und den Kindern Ich lasse ich Sie Liebe Oh, der ist doch behindert, ey Ja, alle BDBene Und ein Arm Und wie wir das andere Wie wir den anderen Arm abkriegen Ja, ja auch nicht Oh, Anzug Level 4 Dich werden 35.000 What the fuck Ne Da muss ich glaube ich jetzt was Opfern Ripper Kling 35.000 Oh, ne Ne, ne, ne Die Ripper Ne, 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 ne Ripper Kling Ripper Kling Ripper Kling Das reicht alles nicht Ne, ne, ne Oh, ein Halblätter Stase Kann man mal brauchen Ich warte noch ab Ich warte noch ab Inventar Probleme habe ich eh nicht Aber ich brauche ein bisschen mehr Schutz Weil Die Midis gehen langsam weg Nein, ich will den haben Ich verkaufe jetzt meine Stase Mal gucken Wie viel habe ich jetzt? 11.000 35.000 kostet der Hm Ja, 35.000 kostet der Aha, sind 7.500 Das kann ich noch wegmachen Ripper Kling Ne, habe ich ja kaum genug Money Ne, aber auch so rund 9.000 Fast 10.000 Nein, mache ich nicht Ich warte jetzt wirklich Ich warte Und eine Waffe will ich jetzt auch nicht verkaufen Dann können wir dann auch nicht 얼�ten Ja, jetzt also den ganzen Weg zurück, weil ich natürlich einen Monsterhöre Wow, nicht so nah ran прочst, nicht so nah ran Äh, ja, weil ich jetzt einen Monsterhöre Natürlich hier diesen Scheiß